Willkommen zurück bei einer neuen Folge von Let's Look About Third Age Total War. Wie schon vorher bei Dinosaurs gesagt, nehme ich heute am Samstag schon die Folgen für morgen auf, weil ich morgen viel zu tun habe. Am Montag kommen jetzt entweder drei oder vier Folgen, weil am Montag die Sonderformate wieder anfangen. Warum? Naja, Dinosaurs wurde jetzt fast eine Doppelfolge und deswegen könnt ihr dort entscheiden. Es wären noch acht Minuten, ob man dann da eine Folge machen soll oder nicht. Ich persönlich finde, es lohnt sich nicht, aber sollten Kommentare kommen, dann werden es am Montag vier Folgen, ansonsten drei. Beim letzten Mal hatten wir mit 18 Einheiten das Volk Königreich von Anor, ein Elitevolk, ein Volk, was man normalerweise nicht bekommt, sondern nur mit gewissen Voraussetzungen. Heute kommt das zweite 18 Einheitenvolk, mal wieder ein böses Volk und auch hier eins der mächtigsten Völker. Wer hätte es gedacht? Die Rede ist heute von Mordor, von Sauron und seinen Schergen. Ja, Mordor, ich habe es schon gesagt, ist eine sehr mächtige Einheit, mächtige Fraktion. Warum? Naja, sie haben zwei Einheiten Trolle, sie haben Sauron und die Nazgul, sie haben die Spinnen als Söldner, drei Einheiten Katapulte. Dazu dann noch drei Einheiten Sperrträger mit der Leibwache, drei Einheiten Schwerkämpfer und drei Einheiten Bogenschützen. Und eine Reitertruppe sind also auch von den Zahlen wieder sehr ausgewogen. Ich meine, drei Nahkampf, drei Sperr, drei Bogen, drei Belagerungen. Nur die Reitertruppe sind dann ein bisschen aus der Reihe und halt die, ich sage jetzt mal, Sondereinheiten. Wie immer fangen wir an mit der General. Das sind hier die Uruk-Schildkämpfer. Ich habe hier nicht Sauron genommen, weil Sauron ist halt einzigartig. Sonst hätte ich zum Beispiel auch bei Nebelberge damals den Barok nehmen können. Aber ich wollte hier die Uruk-Schildkämpfer nehmen. Hier natürlich das Banner des roten Auges auf schwarzen Grund als Banner. Jetzt gucke ich, ob es aufgenommen wird. Und wird es. Sehr schön. Der letzte Part hatte leider ein bisschen Bildhänger-Probleme. Ich hoffe, der heutige läuft wieder gut. Weil es wäre jetzt blöd, wenn wir jetzt wieder alle Bildhänger haben würden. Ich meine, es war kein großer Bildhänger, aber schon ein gewisser. Das war ein bisschen schade. Ja, die Uruk-Schildkämpfer haben 202 Soldaten im Trupp zum Preis von 690 Kosten. Einen Anglosswert von 8, einen Ansturm von 4 und eine Defensive-Gesamt von 14. Bestehend aus 8 Rüstungen, 2 Verteidigungen und 4 Schild. Sind also für eine Leibwache eine ordentliche Einheit mit ordentlichen Werten. Ist ja bei Orks nicht unbedingt gesagt. Auch wenn Mordor natürlich besser ist als die wilden Orks. Aber ich meine, wir kennen ja noch Isengard. Mordor und Isengard kann man ungefähr mit einem vergleichen. Deswegen auch ungefähr von den Werten. Als Fähigkeiten haben sie einen ausgesandten Kampfgeist. Und eine gute Ausdauer. Uruks sind eine größere und menschlichere Züchtung von Orks. Die viel stärker und wehrstandsfähiger sind als ihre niederen Verwandten. Doch von wesentlich geringerer Zahl. In schwere Platten, ihre Kettenhemden und Leder gehüllt, dienen die Krieger der Uruk-Infanterie als brutale Frontkämpfer. Um mit ihren eisenbeschlagenen Schilden feindliche Hebel zu blocken. Und mit ihren Schwertern wild auf die Feinde einzuhacken. Ihn um, ach, schwer das Lesen hier, einzuhacken. Und deren Reihen in vorderster Linie zu durchbrechen. Ja, man merkt schon, ein sehr simpler Text. Ein sehr kurzer Text. Das heißt, Kriegsbestien relativ neu, deswegen relativ klein in der Anzahl. Und zumindest für ein Ork-Volk eine Edite-Einheit. Ist natürlich bei einer Leibwache auch jetzt nicht ungewöhnlich. Natürlich gibt es die Uruks dann auch noch in der Bogen- und Sperr-Variante. Aber dazu kommen wir später. Die erste Sperrträger-Einheit sind die Ork-Sperrkrieger. Das sind ungefähr die armen Schweine von Mordor, die beim letzten Bündnis gezwungen waren, in die Reihen der Elben und Menschen als erstes einzufallen. Die dazu Tausenden erschlagen wurden. Sie sind schwach ohne Ende. 251 Soldaten im Trupp zum Preis von 380 sind natürlich saubillig. Angriffswert von 6, Ansturm von 3, Defensive gesamt 6 mit 2 Rüstung, 2 Verteidigung und 2 Schild. Man merkt schon, die sind nichts Besonderes. Die sind relativ schwach. Auch hier wieder das klassische Orkische, entweder in großer Masse oder gar nicht. Immerhin zwei Fähigkeiten. Einmal die hohe Moral und die Schild-Transformation. Immerhin. Geschaffen als eine verzerrte und gespaltene Parodie der Elben vom gefallenen Valar Melkor waren die Orks für Jahrtausende die Wurzel allen Übels im Mittlererde. Das Groß der Arbeiter und Soldaten mit ihren... Für ihren dunklen Meister stellend haben die Orks möglicherweise genauso viel in die Zerstörung wie die Elben in die Bewahrung Mittelerdes investiert. Und obwohl unzählige von Orks durch Elbenpfeile, Menschenschwerter oder Zwergenexte gefallen sind, hält der dunkle Pakt mit dem Bösen bis ins dritte Zeitalter an. Also wir sehen schon, wie gesagt, das ist Kanonenfutter. Sie haben sehr große Zerstörung angerichtet, einfach weil sie gar keine andere Wahl haben. Und unzählige sind schon gefallen. Das wird ja schön gesagt, sowohl durch Elben als auch durch Menschen und Zwerge. Aber es sind halt einfach so viele, dass sie trotzdem zerstören können, trotzdem Schaden anrichten können. Während sich Sauron auf seinem neuesten Feldzug gegen die freien Völker Mittelerdes vorbereitet, ist er in der Lage, innerhalb kürzester Zeit zahllose Reserven von orkischen Abschaums für jede undankbare Aufgabe, die er erledigt wissen will, zu rekrutieren. Auch hier merkt man schön, sind nicht wichtig. Machen die niedersten Arbeiten das, was halt gemacht werden muss, weil wozu solche schwachen Kreaturen, solche schwachen Orks auch groß ausrüsten oder groß mit Aufgaben betrauen. Deswegen hier auch wieder schön im Text. Finde ich wieder sehr geil. Auf dem Schlachtfeld sind diese leicht bewaffneten und schlecht ausgerüsteten Orks mit billig gefertigten Speeren und Schilden ausgestattet und erneut wird das dunkle Blut der schwachen, aber zahlreichen Orkhäuten die Erde schwärzen. Wenn sie den Hauptangriff des Feindes erwarten, um Mordors tödlichen Kreaturen an Flankenangriff zu ermöglichen. Ja, Kanonen und Futter. Mordor hat genug andere Möglichkeiten, deswegen wird hier schön von den tödlichen Kreaturen geschrieben. Und als was anderes sollte man sie auch nicht benutzen. Das sind absolut keine Elitekrieger und auch keine, auf die man sich verlassen sollte, trotz der hohen Moral. Ähm, ja. Was soll man dazu noch sagen? Die zweite Speereinheit ist schon besser. Das sind nämlich die Wächter des schwarzen Tores. Also die, die durchaus einen wichtigen Zugang nach Mordor bewachen. Deswegen sind sie auch besser ausgerüstet. Und auch hier 251 Soldaten im Trupp zum Preis von 530. Man merkt schon, deutlich teurer als die schwachen Ork-Sperrkrieger. Und von den Werten auch deutlich besser als die normalen Ork-Sperrkrieger. Angriffswert von 7, Ansturm von 4, Gesamtdefensive 12 mit 5 Rüstung, 3 Verteidigung und 4 Schild. Die haben schon, äh, etwas mehr auf den Kasten, sind jetzt auch keine Elite, aber sind für Orks doch recht ordentlich. Sie haben drei Fähigkeiten, die gute Ausdauer, den ausgeleiteten Kampfgeist und auch hier wieder die Schildtraum-Formation. Aber ihr merkt es vielleicht, kein Bonus gegen Kavallerie. Das hatten die normalen Ork-Sperrkrieger auch nicht. Ähm, wahrscheinlich wegen den schlechten Waffen einfach. Orks wurden einzig und allein geschaffen, um zu plündern und zu brandschatzen, zu morden und zu terrorisieren. Doch nicht alle Orks werden eingesetzt wie die namenlosen Massen, deren Aufgabe es ist, die freien Völker Mittelerdes zu vernichten. Die Wächter des Schwarzen Tores wurden ausgebildet, um den Hauptzugang der dunklen Landen von Mordor und die Ebenen von Udun zu verteidigen. Sie sind bewaffnet mit mächtigen Sperren und eisenbeschlagenen Schillen und gerüstet mit schweren, in den Tiefen von Barad-Dur und Durthang gefertigten Kettenpanzern. Anders als die meisten anderen und niederen Orks sind sie gut ausgebildet und in der Lage, eine solide Verteidigungslinie gegen feindliche Truppen zu halten. Man merkt schon hier im Text, das sind zwar immer noch keine geachteten Orks, aber es sind auch keine Ork-Maden mehr. Es sind Orks mit einer wichtigen Aufgabe, deswegen haben sie auch um einiges höhere Werte als die Ork-Maden. Man muss die wirklich so bezeichnen. Und die haben halt einen Job zu erfüllen, weil gerade das Schwarze Tor ist, wird ja schon schön vom Hauptzugang geschrieben. Das sollte halt nicht fallen, sonst hat Sauron halt ein Problem. Das weiß er natürlich und deswegen haben wir mit den Wächtern des Schwarzen Tores durchaus eine sehr solide Einheit. Aber die stärkste Schwerträger-Einheit sind die Uruk-Hille-Baden-Träger. Natürlich, ich habe ja schon gesagt, es gibt die Schwer- und die Bogen-Variante von den Uruks und natürlich stellen die Uruks hier die Elite. 201 Soldaten im Trupp mit 630 Kosten, also auch nicht übermäßig teuer für die Elite. Mordor ist halt eher wieder ein Volk, was nicht so wahnsinnig teuer ist. Aber wen wundert's? Das ist jetzt nicht so wahnsinnig überraschend, weil die meisten sind halt wirklich nur billige Orks. Selbst die Uruks sind zwar stärkere Orks, aber dennoch nicht unbedingt mit mächtigen anderen Fraktionen vergleichbar. Merkt man ja auch in den Werten. Anglöswert von 6, Ansturm von 3 und Defensive gesamt von 12 mit 8 Rüstungen und 4 Verteidigungen. Ich meine ja, es sind Helle-Baden-Träger. Es sind so gesehen das Pikenträger-Equivalent. Sie sollen beschützen, aber trotzdem, die Werte sind jetzt nicht übermäßig hoch. Immerhin haben sie vier Fähigkeiten. Sie sind effektiv gegen Panzerungen und können die Sperrmauer bilden, wegen ihrer Helle-Baden. Außerdem haben sie eine gute Ausdauer und einen ausgezeichneten Kampfgeist. Also hier keine sehr langen Sperre, es sind keine Pikenträger. Und auch hier nicht der Bonus gegen Kavallerie. Aber immerhin effektiv gegen Panzerungen. Das macht sie schon wichtig, weil sie damit eine Chance haben, trotzdem stärkere Feinde zu schlagen. Und jetzt müssen wir gucken, weil das meiste ist hier gleich mit den Uruk-Schildträgern. Uruk-Helle-Baden-Träger sind eine der fähigsten defensiven Einheiten im Mordus befestigten... Was? Heeren, glaube ich. Im Mordus befestigten Heeren. Wie gesagt, ganz ehrlich, diese graue Schrift auf weißem Grund, die ist echt nervig. Die Helle-Baden werden von starken Orks geführt. Die in schwere Rüstung und Kettenpanzer gehüllt sind. Und die sowohl das Anstürmen feindlicher Kavallerie mit den langen Stoßdornen stoppen können. Als auch feindliche Infanterie mit den Beiklingen niedermetzeln können. Ja, man merkt schon, hier ist dann wieder ein groberer Text. Es sind halt Uruks. Es sind keine Uruk-Kai, aber es sind Uruks und deswegen, ne, wir sind die Mächtigen. Wir kriegen den Feind hin, der kann kommen, was will. Aber auch hier natürlich kein Schild, weil halt Helle-Baden braucht beide Hände. Kommen wir zu den Nahkämpfern. Die Nahkämpfer fangen an mit den Ork-Plünderern, also dem Äquivalent zu den Ork-Sperrkriegern. Bloß halt mit Nahkampfwaffen. Und demzufolge auch nicht das Gelbe vom Ei. 251 Soldaten im Trupp zum Preis von 460. 6er Angriffswert bei 3 Ansturm-Bonus und Gesamtdefensive 8 mit 4 Rüstung, 2 Verteidigung und 2 Schild. Ich meine, sie sind ein bisschen stärker als die Ork-Sperrkriege, aber trotzdem nicht wahnsinnig gut. Auch hier eigentlich nur sinnvoll in Massen nutzbar. Als Fähigkeit haben sie auch nur die hohe Moral und nichts anderes. Ja, wie gesagt, einfach Orks. Ich meine, wenn es schon im Namen Plünderer heißt, dann weiß man schon, das sind nicht gerade die bestbezahltesten Soldaten, die Sauron so in seiner Armee hat. Ork-Plünderer wagen häufig Streifzüge nach Iphilien, Gondor und Rohan oder den südlichen Düsterwald, um jedwedisch wach befestigte Siedlungen zu terrorisieren und auszurauben. Zu Beginn des Krieges wurde ihnen aufgetragen, Gondors Verteidigung auszukundschaften und die Elben dort Lorentz und des Düsterwalds zu schikanieren und was zu schikanieren. Ach so, zu schikanieren. Doch inzwischen haben Saurons Eroberungen sie fernab ihre angestammten Reviere direkt vor die Welle vom Meas Tirith, Karas Galadorn und darüber hinaus gebracht. Ja, Orks sind natürlich auch normalerweise Söldner. Das wissen wir von der Söldner-Folge. Deswegen, das ist damit gemeint. Sie waren ursprünglich halt als Speer da, um eben Radau zu machen, um so viel zu zerstören und zu plündern, wie sie können, bevor sie getötet werden. Aber durch Saurons Pläne, weil er halt immer wieder neue Pläne macht und alte verwirft und auch durch seine Kriege, Eroberungen, sind sie natürlich in ganz Mittlerer zu finden. Obwohl sie wegen ihrer erbeuteten und improvisierten Waffen und Rüstungen und ihrem Mangel an taktischem Verständnis für offene Kriegsführung ungeeignet sind, konnten die Reihen unerfahrener oder übertrieben selbstbewusster Feldherren durch die schiere Zahl und die unbändige Aggression der Ork-Plünderer überrannt werden. Diese Orks sind mittelschwer bewaffnet mit Holzschild, Axt und Krummschwert. Ja, man merkt schon, man sollte sie nicht unterschätzen. In der Anzahl können sie gefährlich werden. Aber allein sind die halt, ja, improvisierte Waffen, improvisierte Rüstung zusammengebaut aus dem, was sie halt finden können und nicht wirklich trainiert. Im Gegensatz zum zum Beispiel den Wächtern des Schwarzen Tores. Deswegen, ja, de facto nicht so stark. Dann kommen wir zur zweiten Ork-Einheit im Nahkampf, die Ork Schlechter. Die hatten wir ja erst bei Gundabat. Ich bin mir aber nicht sicher, ob es dieselbe Einheit ist. Auch hier natürlich wieder zweihändig geführte Äxte. Nee, es ist nicht dieselbe Einheit. Oben ist ein anderes Bild. Ich werde also den Text zumindest kurz durchgehen müssen. 500 Kosten für 251 Soldaten. Ein Angriffswert und einen Ansturm von 5. Defensive gesamt 7 mit 5 Rüstung und 2 Verteidigung. Also in der Rüstung ganz okay. In den Angriffswerten auch ganz okay. Kein Schild, weil 2 Hand axt. Und sonst, naja, mittelmäßig. 500 Kosten sind jetzt auch nicht unbedingt so günstig. Sie haben halt den Bonus im Kampf gegen Kavallerie. Ist hier ja wichtig. Wir wissen, das hatten die Sperrträger nicht. Durch die Echse sind sie effektiv gegen Panzerungen. Und sie haben natürlich eine hohe Moral. Also unwichtig sind sie natürlich nicht. Krieger der Orks wie diese, das Tageslicht fürchtend, doch beherzt bei Nacht und brutal blutrünstig und lieben den Kampf. Ja, hier kommt es wieder schön. Die Wut der Orks-Schlechter, die hatten wir schon bei Gundabad. Hier kommt auch wieder das mit dem Tageslicht ist blöd. Man sieht ja oben im Bild auch, dass eindeutig der rote, rot-schwarze, also was heißt rote, rot-schwarze Himmel von Mordor. Deswegen, in Mordor gibt es halt nicht wirklich Tageslicht. Da spielen sie ihre Trumpfkarte aus. Ähm, und bei Nacht sowieso. Orkische Zweihandkämpfer führen Äxte, Hämmer und alle anderen Mordwerkzeuge, die sie finden können. Eine gesindelhafte Zusammenstellung geplündeter und von Orks geschmiedeter Rüstung dient zum Schutz dieser grausamen Orks-Schlechter. Obwohl ihre Waffen plump und unhandlich sind, kann man sie effektiv im Zerschmettern von Rüstungen und dem Spalten der Schädel ihrer Feinde umsetzen. Ja, man merkt es auch hier. Sie haben nicht perfekt geschmiedete Waffen. Auch die nehmen alles, was sie finden können. Auch die haben nicht wirklich eine Ausbildung. Brauchen sie halt nicht, weil es sind halt die stärkeren Orks, obwohl sie keine Uruk-Kai sind. Beziehungsweise in dem Fall Uruks. Es sind halt die stärkeren Orks und die aggressiveren Orks. Und sie sind nützlich. Gegen Panzerungen, halt auch gegen Kavallerie. Und deswegen in jeder Mordor-Armee gerne gesehen. Kommen wir zu den Bogenschützen. Da fangen wir an mit den Orksperren. Also haben wir hier quasi die Fernkampfvariante zu den Orksperrkriegern oder den Orkplünderern. Die Orksperr sind 151 im Trupp für 350. Einen Angriff von 4 im Nah- und Fernkampf. Ansturm von 2. Und eine Defensive gesamt ebenfalls von 4. Aus 2 Rüstungen, 2 Verteidigungen. Man merkt schon, das sind dieselben Werte wie bei den Snager-Bogenschützen. Deswegen sind die natürlich auch wieder schwach ohne Ende. Wie gesagt, das sind die Orksperrkrieger im Grunde. Bloß halt mit Bögen statt mit Speer und Schild. Und hier auch wieder Masse oder gar nicht. Weil alleine sind sie halt wirklich schwach. Sie haben Langstrecken-Fernkampfwaffen, Brandpfeile und hohe Moral. Die Orksperr sind nur professorisch gerüstet. Sie tragen eine dicke Kombination aus allem, was sie in Plünderungen erbeuten konnten. Schwere Leinen, rostige Kettenhemden und lumpiges Leder. Was auch erklärt, warum sie nicht wahnsinnig gerüstet sind. Wie gesagt, das ist auch so eine Truppe, die ist kaum ausgebildet. Die ist erst recht nicht ausgestattet, weil man will halt keine Ausrüstung für schwache Krieger verschwenden. Aber halt trotzdem nicht ihre Anzahl, in dem Fall halt zum Spähen, wie ja schon schön der Name sagt, trotzdem geeignet. In der Masse natürlich. Da sie in der Lage sein müssen, sich schnell zu bewegen und zu verstecken, können sie keine schweren Rüstung anlegen. Keine schwerere Rüstung anlegen. Ihre primäre Bewaffnung ist ein grober Bogen, den sie auf sichere Distanz abfeuern, da sie keine ausgebildeten Krieger sind und es bevorzugen, sich aus Nahkämpfen herauszuhalten. Was nachvollziehbar ist, weil man sieht es ja an den Werten, im Nahkampf sind die sehr schnell Schwertfutter. Deswegen sind sie halt ein bisschen nützlicher als zum Beispiel die Sperrkrieger, weil sie können halt Hit and Run machen, durch den Fernkampf, aber trotzdem. Man kann hier nicht von guten Kriegern reden. Da ein Aufeinandertreffen feindlich gesinnter Gruppen manchmal unausweichlich ist, hat man die Orksteher zur Verteidigung außerdem mit Kurzschwertern bewaffnet. Ja, aber bestimmt keine teuren Kurzschwerter. Da waren ja die Hobbits stärker aus dem letzten Part, glaube ich. Ich bin mir jetzt nicht 100% sicher, aber ich glaube sogar die waren stärker. Oder zumindest nicht schwächer. Kommen wir zu ein bisschen ernsthafteren Ork-Schützen. Wenn gerade nicht spontan das Spiel abgeschmiert wäre, finde ich schon wieder nicht so toll. Okay, ich muss das Spiel nochmal starten. Leider, es ist nämlich gerade abgestürzt. Das heißt, wir schauen uns jetzt gleich die Stärken und Schwächen an. Ja, das ist schon wieder ein bisschen blöd, ich weiß, tut mir leid. Hätte jetzt nicht zwangsweise sein müssen, wenn man mich fragt. Aber zumindest waren wir am selben Punkt. Das ist doch schon mal irgendwas. So, hier nehme ich jetzt Mordor. Hier brauchen wir eine Zahl mehr. Wobei wir halt mit Sauron und so ne teure Einheiten haben. Hier nehmen wir jetzt Gondor. Mordor Stärke. Kann Massen an Orks und mächtige Trolle ins Feld führen. Es braucht halt auch Massen an Orks. Wir haben es ja bei den bisherigen Truppen gesehen. Sonst haben die ein Problem. Schwäche ist die Mangel an Kavallerie. Ja, man hat halt nur eine Reitertruppe. Die Spinnen sind in gewisser Weise Reiter, sind aber Söldner. Die hat man nicht immer. Deswegen, der Mangel ist natürlich vorhanden. So, hier nehme ich jetzt einfach die Leitwache des Generals. Das ist ja egal. So, Hochschildkämpfer. Sperrkrieger. Ich mache das jetzt ganz schnell hier. Äh, löp. Aber ich muss mich trotzdem ein bisschen konzentrieren. Nein. Erst die Reiter. Jetzt die Trolle. Dann Nazgul und Sauron. Und dann... Ja, wir haben auch hier drei Katap... Wir haben auch hier wieder drei Einheiten Belagerungswaffe. Wie auch bei der letzten Folge bei Anor. Aber leider nicht Gond. Ich finde es schade, dass leider kein Gond da ist. Weil die Gond wurde ja erwähnt bei den Berg-Trollen. Die Berg-Trollen wie hier ja auch. So, jetzt halt kommen wir zu etwas ernsthafterem Bogenschützen. Den Ork-Bogenschützen. Die sind natürlich jetzt auch nicht großartig. Aber es ist schon mal besser als die Ork. Sperr. Jetzt schaue ich nochmal kurz, ob es aufgenommen wird. Weil er halt einmal abgeschmiert ist. Ja, wird es. Sehr schön. Muss ich nur kurz warten, bis er ins Spiel zurückgeht. Ja, ich mache jetzt auch ein bisschen schneller. Weil die letzte Folge hat halt über eine Stunde gedauert. Ich würde es gern wieder unter einer Stunde halten. Aber weiß nicht, ob ich das schaffe. Ich hoffe, ich bin nicht zu schnell. Hier sind die Texte ja meistens auch recht kurz. Die Ork-Bogenschützen nach 151 Mann im Trupp für 460. Haben im Fern- und Nahkampf einen Angriffsset von 5, einen Sturm von 2 und Defensive gesamt 7 mit 4 Rüstung und 3 Verteidigung. Also man merkt schon, sie sind nicht viel stärker als die Ork-Sperr. Aber immerhin ein Punkt in den Angriffswerten mehr und ein bisschen höhere Rüstung. Also sie sind auch nicht schwächer. Hohe Moral, Langstrecken-Fernkampfwaffen und Spitzpfähle. Genauso wie natürlich die Feuerpfeile. Also hier haben wir wieder eine etwas gemeinere Einheit. Was natürlich sehr schön ist. Von Orks gefertigte Bögen sind nur von minderer Qualität. Sie brechen oft aufgrund häufiger Benutzung auseinander und weil sich die Orks nicht um ihre Ausrüstung kümmern und diese nicht ausreichend gepflegt wurde. Oder? Ja. Ja, gepflegt wurde. Die Pfeile hingegen sind wesentlich haltbarer und können wieder und wieder genutzt werden, weil meistens nur der Schaft oder die Federn ersetzt werden müssen. Also wir merken schon, dass Orks sind halt auch praktisch veranlagt. Ihre Waffen sind zwar eigentlich Schrott und gehen schnell kaputt. Aber Pfeile kann man halt immer finden, weil Pfeile brauchen nicht so viel Ressourcen, sag ich mal. Und ich meine, die Bögen an sich ja auch nicht. Deswegen macht es halt auch nichts, wenn Bogen mal kaputt gehen. Da Orks nicht die besten Schützen sind, jagen sie selten Vögel. Weswegen sie hauptsächlich... Alter, schon wieder hier das... Schon wieder hier das Grau auf Weiß. Weswegen sie hauptsächlich Felle und Haare von verschiedenen Tieren und Kreaturen als Ersatz für Gleitfedern und Pfeilen nutzen. Zum Schutz tragen diese mittelschwer gepanzerten Bogenschützen simple... Verkommene, glaube ich, verkommene Rüstungsteile, da sie viel Bewegungsfreiheit benötigen, um ihre Bögen zu nutzen. Also wir merken schon, die Pfeile sind auch nicht das, was sie bei anderen Völkern sind. Sie treffen die Vögel nicht, deswegen müssen sie was anderes nutzen für die Federn. Und sie brauchen viel Bewegungsfreiheit, deswegen keine wahnsinnig geile Rüstung. Aber immerhin, besser als die der Orks-Beer. Also sie haben zumindest eine Grundausbildung erhalten. Das ist bei Orks ja nicht unbedingt gesagt. Deswegen, immerhin. Außerdem tragen sie einen Dolch und grobe Kurzschwerter, um sich im Nahkampf zu verteidigen. Was jedoch keiner der Orks-Schützen gerne erleben möchte. Ja, genauso wie bei den Orks-Beeren. Man hat was zur Not, um sich verteidigen zu müssen, aber wollen tut man nicht, wenn man nicht muss, weil man kriegt da halt eher in Gefahr zu sterben. Das heißt, wenn man nicht davor durch einen Pfeil niedergeschossen wurde. Aber an sich macht die Logik natürlich Sinn. Gut, kommen wir zu den stärksten Schützen bei Mordor. Natürlich auch hier wieder Uruks, die Uruk-Bogenschützen. Überhin, wir haben also Uruks in allen drei Grundtypen. Noch nicht bei Reitern, aber beritten Uruks sehen auch irgendwie seltsam aus, finde ich. Die Uruk-Bogenschützen sind auch 151 Soldaten im Trupp, kosten 520. Haben im Nahkampf genauso wie die Uruk-Bogenschützen 5, aber im Fernkampf 6. Ansturm ist genauso 2, also immerhin im Fernkampf 1 Punkt mehr. Und die Defensive ist deutlich höher, gesamt 11, mit 8 Rüstungen und 3 Verteidigungen. Also schon deutlich höher, das ist doppelt so viel. Die Fähigkeiten sind gleich. Sie haben die Brandpfeile, wie man rechts sieht. Sie können die Spitzpfeile verwenden, Langstrecken-Fernkampfwaffen. Außerdem eine gute Ausdauer und einen ausgezeichneten Kampfgeist. Hier ist natürlich jetzt der erste Satz wieder derselbe, wie wir schon bei den anderen Uruks hatten. Aus diesem Grund werden Uruks häufig als Bogenschützen eingesetzt. Da sie in der Lage sind, größere Bögen mit höherer Reichweite zu nutzen, als gewöhnliche Uruks. Schwer gepanzert sind sie mehr als nur in der Lage, sich eines direkten Angriffs ihrer Feinde zu erwehren, weil sie dann ihre Langbögen durch Kurzschwerde austauschen, um ihre Feinde niederzumetzeln. Also hier hat man schon, die wollen den Kampf, die würden im Nahkampf gegen soziale Bogenschützen nicht fliehen, sondern würden sich denken, okay, kann ich ihn zumindest aus der Nähe zerhacken. Und statt ihn nur abzuballern, finde ich halt auch schön, wie hier schön der Unterschied gezeigt wird, zwischen den eher feigen, normalen Uruks und halt den, ja, in Anführungszeichen, Elite-Uruks. Und weil ich meine, unbedingt eine Elite sind sie nicht, aber für Mordor-Verhältnisse schon. Kommen wir zu der Reitereinheit. Die Reitereinheit gefällt mir ganz besonders. Es sind die schwarzen Numenora. Ich weiß, ich weiß, ich habe gesagt, Menschen hat eigentlich nur Isengard und halt Gundabad durch Söldner. Die schwarzen Numenora sind streng genommen auch Menschen. Der Punkt, warum ich die schwarzen Numenora nicht genannt habe, war, sie sind untot. Genauso wie die Nazgul. Oder auch wie der klassische schwarzen Numenora, Saurons Mund. Sie sind Menschen, aber halt die höchsten Diener des dunklen Herrschers und deswegen nicht ganz mehr am Leben. Also ich weiß jetzt nicht, ob sie untot sind, aber sie sind auf jeden Fall auf einer Zwischenstufe zwischen untot und lebend. Und ja, die schwarzen Numenora, wir sehen es gerade an den Werten, sind eine sehr mächtige Waffe. Die sind ein Killer. Sie kosten 1500, für 37 Soldaten sind also sehr teuer. Aber die Werte sind wirklich sehr stark. Sie haben 11 Angriffswerten mit 6er Ansturm. Relativ wenig Ansturm für Kavallerie. Aber haben hohe Defensivwerte. Defensive gesamt 18 und davon allein 10 Punkte Rüstung und 8 Punkte Verteidigung. Auch hier wieder die Pferdepanzer. Man sieht es oben im Bild besser. Und halt die Helme. Ich finde die Helme hier verdammt cool. Die fand ich auch im Film schon ziemlich geil. Die hatte ja zum Beispiel im Krieg im Norden auch Agandar. Diese Helme. Ich mag die Helme. Die sehen cool aus. Die zeigen durchaus, dass hier was Böses ist. Sie haben eine sehr gute Ausdauer. Die schwarzen Numinorer verängstigen Feinde in der Nähe. Allgemein. Infanterie und Kavallerie. Und haben einen ausgezeichneten Kampfgeist. Sie haben also auch sehr nützliche Fähigkeiten. Die schwarzen Numinorer sind jene Menschen, die sich im zweiten Zeitalter sauernd zuwanden. Und seitdem verehren. Diese dunklen Nachfahren Numinors stellen das Verdorbene der Menschheit dar. Naiv und ambitioniert gaben sich diese Numinorer derselben Schwäche hin, die seit jeher die Menschen plagt. Und wurden abtrünnig. Sie traten im Austausch für Macht in Saurons Dienste. Doch alles was sie erhielten waren Hass und Leere. Ja natürlich. Wir wissen ja. Sauron hat manipuliert ohne Ende. Gerade auf Numinor. Und hat viele versprochen. Natürlich. Als Maya hatte er auch die Macht dazu. Aber wenig gehalten. Er hat sie halt in seinen Dienst gezwungen. Und danach hatten sie gar keine andere Wahl mehr. Genauso wie die Nahschool. Danach haben sie einfach keine Wahl mehr, als ihnen zu dienen. Sie können danach nicht einfach sagen, Och nö, ich mach das jetzt nicht mehr. Weil ich krieg hier ja nicht das, was mir versprochen wurde. Sklaven seines Willens, wissen wir aus dem Film. Nach dem Krieg des letzten Bündnisses schwand ihre Zahl. Doch selbst heute, nach 3000 Jahren, erheben sie sich erneut. Angetrieben von ihrem Stolz und ihrer unvermindert schwelnden Hass auf Gondor. Wenn sie das Schlachtfeld betreten, besteht kein Zweifel an den Gedanken und Intentionen der schwarzen Numinora. Diese brutal berittenen Nahkämpfer, die von einem Nazgul angeführt werden. Muss ich kurz schauen, ob das wirklich stimmt. Ne, ist ein normaler Numinora. Aber ich glaube, die schwarzen Numinora sind auch eine Art Leibwache, wenn man einen Nazgul hat. Ich hab halt deswegen die Urug-Schwertkämpfer als Nahkämpfer genommen, weil das ist so das herkömmlichste. Das ist halt das, was jeder Org-Anführer hat unter Mordor. Und die schwarzen Numinora sind halt eine Leibwache, wenn man mal einen Nazgul als General hat. Aber das hat man halt nicht immer. Deswegen hab ich sie nicht genommen. Deswegen haben sie auch jetzt keinen Nazgul, der sie anführt. Normalerweise ist das nämlich eine Tatsache. Nazgul angeführt werden, haben bedrohlich geschwärzte Rüstungen und mit den Gesichtern verborgen hinter eisernen Masken. Sind sie Henker, die ihre Feinde erbarmungslos mit zweihändigen Schwertern massakrieren. Deswegen auch keine Schilde. Natürlich, sie müssen sich konzentrieren, gleichzeitig zu reiten und zu kämpfen. Und, ähm, ja. Aber ich find die Einheit halt sau cool. Allein schon, dass es zwischen den ganzen billigen Orks und dem ganzen Abschaum halt auch verführte Menschen gibt, find ich halt ziemlich cool. Ja, die Werte geben ihnen recht. Kommen wir zu den Trollen. Wir fangen hier an mit den Bergtrollen. Auf die Bergtrolle gehen wir natürlich nur kurz ein, weil wir hatten sie bei Gundabat. Ähm, deswegen nichts Großes hier. Den Text kennen wir ja auch. Der Text war ja sogar auf dem Motor getrimmt. Ja, wie gesagt, äh, durchaus Trolle, aber halt nicht die stärksten Trolle. Das wissen wir spätestens seit dem Gundabat-Part. Fähigkeiten, sie fängstigen feindliche Infanterie, können ohne Befehl vorstürmen, mit einer schnellen Fortbewegung und einem kraftvollen Ansturm. Sie haben eine gute Ausdauer, einen auswährenden Kampfgeist und können sich nicht verstecken. Mehr ist nicht zu sagen. Den Text kennen wir schon und das, was über die wichtig ist, auch. Aber dann gibt es ja noch die Olo-Kai. Die, äh, Elite-Troll-Truppe. Die nur bei Mordor ist. Die selbst stärker als die Schneetrolle sind, die wir damals bei Gundabat hatten. Die Olo-Kai sind auch 12 Trolle in einem Trupp und kosten 1520. Sind also selbst für Trolle sehr teuer. Aber die Werte, die Werte lohnen sich natürlich. Angriffswert von 34 bei einem Ansturm von 12. Und eine Gesamtdefensive von 36 mit 9 Rüstungen und 27 Verteidigungen. Dazu 6 Trefferpunkte. Also hier haben wir wieder eine absolute Killermaschine. Selbst unter Trollen ist das eine absolute Killermaschine. Sie sind stärker als die Schneetrolle, wie gesagt. Und die waren schon krass. Dieselben Fähigkeiten wie gerade bei den Berg-Trollen. Die sage ich jetzt nicht nochmal, weil es sind genau dieselben. Und natürlich eine Truppe, die man nur sehr schwer kriegt. Weil einmal die Kosten und zum anderen, naja, ne. Olo-Kai, wir wissen es aus dem Film und aus den Büchern, die sind halt eine Elite-Troll-Gruppe. Da gibt es halt nicht viele. Zuletzt hat das Lande-Mordor größere, stärkere und widerstandsfähigere Trolle hervorgebracht. Die Olo-Kai sind eine von Sauron auf unbekannte Art und Weise gezüchtete Trollart. Diese Kampf-Trollen sind noch größer und stärker als normale Trolle. Und ertragen Sonnenlicht ohne Probleme. Weshalb sie fälschlicherweise manchmal mit für Riesen-Orks gehalten werden. Übrigens auch noch eine Tatsache. Man weiß nicht genau, wie Sauron an die Olo-Kai kam. Man weiß, dass er sie mit magischen Methoden gezüchtet hat. Aus normalen Trollen. Wahrscheinlich ähnlich wie halt das von Morgoth mit aus Elm-Orks machen und aus Enns-Trolle. Also in seinem Fall halt dann aus Trollen die Olo-Kai. Aber wie genau er das gemacht hat, weiß man nicht. Und auch das mit den Riesen-Orks wird oft gesagt. Weil, wie gesagt, ihnen macht die Sonne nichts aus. Sie wären ein bisschen wie die Uruk-Variante eines Trolls, könnte man sie nennen. Weil Bergtrolle zum Beispiel erstarren in der Sonne zu Stein. Das wissen wir spätestens seit dem Hobbit-Film. Und die Olo-Kai sprechen auch die schwarze Sprache. Also die Sprache, die man im Mordor spricht. Die Sprache, die zum Beispiel auf dem Ring steht und die ansonsten nur von hohen Hürden-Trägern, zum Beispiel Nazgul oder Saurons Mund oder auch den schwarzen Nominoren gesprochen wird. Keine Sprache, die normale Trolle sprechen würden. Ansonsten teilen sie mit Orks allerdings äußerlich keine Gemeinsamkeiten. Sondern sind wie die übrigen Trollarten riesig und mit schubbiger Haut versehen. Im Gegensatz zu den anderen Trollarten besitzen die Olo-Kai eine bösartige Intelligenz. Gehüllt in eine partielle Metallrüstung und in der Lage, selbst den vernichtendsten Lieben zu trotzen, überragen diese Ungetüme sowohl Ork, Mensch als auch Pferd. Bewaffnet mit einem massiven, dornenbewährten Streitkolben, verursachen Kampftrolle unvorstellbare Vernichtung in den Reihen ihrer Feinde und sind die tödlichsten und gefürchtetsten Truppen des dunklen Herrschers Sauron. Ja, zumindest wenn man jetzt wirklich von ihm selber oder den Nazgul absieht. Ansonsten sind sie wirklich der Oberkiller. Die einzigen, die da halbwegs rankommen, sind die schwarzen Numinora oder die anderen Trolle, aber eben auch nur halbwegs. Die normalen Orks und Uruks, wir haben es an den Werten gesehen, kommen im Traum nicht an die ran. Da könnten die sich noch so anstrengen und noch so viel Moral haben. Die können im Traum nicht an die Olo-Kai ran. Kommen wir zu den Nazgul. Wie gesagt, eine Truppe, die man normalerweise natürlich nicht hat. Und ja, ihr seht es vielleicht. 10 im Trupp. Das liegt aber auch nur daran, weil hier der Ork als Bannerträger steht. Finde ich übrigens richtig funny, dass man hier einen Ork-Bannerträger hat bei den Nazgul. Bei den mächtigsten Dienern des dunklen Herrschers. Dass da ein Ork-Bannerträger ist, ist irgendwie... Ich weiß nicht, keine Ahnung, liebe Entwickler, sagt mir bitte, was ihr euch dabei gedacht habt. Weil es sieht einfach lächerlich aus. Man muss wirklich schmunzeln. Und ja, es sind alle neun. Der Hexenkönig wird hier jetzt nicht besonders gekennzeichnet. Weil, ihr seht schon, hier haben alle die normalen Kutten. Aber, komm mal hin. Es ist die Nazgul. Natürlich total episch. 1200 Kosten. Interessanterweise billiger als die Olo-Kai. 10 Soldaten im Trupp. Ja, eben wegen dem Ork-Bannerträger. Angriffswert von 34 mit einem Ansturm von 12 und Defensive Gesamte 26 mit 8 Rüstungen, 18 Verteidigungen und 8 Trefferpunkte. Ja, natürlich. Die sind untot. Die sterben halt einfach nicht. Ich meine, von den Werten... Kann ich mal kurz vergleichen. Von den Angriffs- und Ansturmbonuswerten sind sie genauso wie die Olo-Kai. Von der Defensive sind sie schwächer als die Olo-Kai. Haben aber halt mehr Trefferpunkte. Man merkt schon, wenn sie schon die gleichen Angriffswerte und Ansturmbonus wie die großen Trolle haben. Ich meine, es überrascht keinen. Weil es sind die Nazgul. Aber man kann sich vorstellen, was die auf dem Startfeld anrichten. Hier gefällt mir übrigens das obere Bild ziemlich gut. Ja, von den Fähigkeiten. Sie haben einen Kampfbonus in Wäldern und in Schnee. Also dasselbe, was die Hobbits hatten. Sie können ohne Befehl vorstürmen, haben eine sehr gute Ausdauer, einen kraftvollen Ansturm und natürlich einen ausgeleiten Kampfgeist. Wundert wahrscheinlich keinem bei den Nazgul. Die Nazgul, auch als Ringgeister bezeichnet, sind treue und gefürchtete Geistwesen. Und die höchsten Diener des dunklen Herrschers Sauron. In ihrer tatsächlichen Gestalt sind sie nur in einer geisterhaften Parallelwelt sichtbar, die nur den Ringträgern sowie einigen anderen Wesen wie Saurons zugänglich ist. Das hat man ja schön im Film gesehen. Frodo konnte sie in ihrer wahren Gestalt sehen, wo er den Ring auf hatte. Sauron kann sie natürlich in wahren Gestalt sehen. Es gibt auch ein paar andere mächtige Elben zum Beispiel können das, dieses Zwischenreich betreten. Glorfindel wird zum Beispiel im Buch besonders erwähnt. Oder Galatiel natürlich. Also es beschränkt sich jetzt nicht nur auf Sauron. Ich glaube, Gandalf kann sie auch sehen. Also Histari glaube ich auch. Aber die meisten natürlich nicht. Für die meisten sind sie natürlich hier die schwarzen Kapuzen tragenden Todesmaschinen. Aufgrund der Tatsache, dass die Nazgul und tote Diener Saurons sind, ergeben sich für sie einige Änderungen in ihrer Wahrnehmung und ihrem Willen. Der aufgrund ihrer ständigen Präsenz in der Geisterwelt ganz dem Saurons Untertan ist. Ja, wissen wir ja auch. Sie fürchten ja auch das Sonnenlicht und auch Wasser und Feuer. Aber im Dunkeln sind die halt, haben die ja total scharfe Sinne. Im Dunkeln geht ihnen halt gar nichts. Und dass sie an Saurons Willen absolut gebunden sind und die ja auch sterben, wenn er stirbt, wie wir aus dem Film wissen, ist ja auch bekannt. Ist jetzt auch nichts großartig Neues. Die Welt des Lichts sehen sie mit anderen Augen als lebende Wesen, die jedoch einem Schatten in den Geist eines Nazguls werfen. So können die Nazgul bei Tage schlecht sehen und benutzen daher öfter ihren Geruchssinn oder bedienen sich anderer Wesen, die ihn als Spione oder Sehhilfe dienen. Sieht man ja auch schön im Film, im ersten Teil, wo Frodo, Samer und Pippen bei den Pilzen sind und sich dann verstecken. Und ja, einer der Nazgul, der Kamul, der dafür bekannt ist, dass seine Sinne am Tag am schlechtesten sind, ihn sucht. Man hört ja das Schnüffeln und man hat ja gesehen, dass auch die Tiere verrückt spielen. Ähm, deswegen man hat da einen schönen Filmbeleg für die Stelle. Ebenso können sie nur mit größter Anstrengung überqueren und sie können mit Feuer effektiv bekämpft werden. Ach, wahrscheinlich Wasser. Wahrscheinlich hat man da das Wort Wasser vergessen, dass sie mit größter Anstrengung Wasser überqueren können und eben mit Feuer effektiv bekämpft werden können. Sieht man ja auch beides im Film. Wie gesagt, die Elemente sind nicht die Freunde der Nazgul, weil sie halt untot sind. Nazgul haben exzellente Fähigkeiten im Kampf und sind mit tödlichen, vergifteten Klingen bewaffnet. Diese Dinosaurons tragen bedrohlich geschwärzte Rüstungen mit schwarzen Kapuzen. Was? Oh Mann, diese Schrift. Ähm, Kapuzenmänteln, glaube ich, kann man wieder mal nicht richtig lesen. Unter denen sie sich verbergen und sind sowohl zu Fuß als auch vom Pferde aus fähige Kämpfer. Die lange, solange sie gut unterstützt werden. Wobei dies zu unterstützt werden, so eine Sache ist. Wir wissen aus dem Buch auch, die Orks haben Angst vor den Nazgul. Die Orks hassen die Nazgul sogar. Es gibt keinen Ork, der gern mit einem Nazgul kämpft, weil durch ihre Präsenz machen sie halt allem Angst. Freund wie Feind. Und, ähm, das ist vielleicht auch ein bisschen sowas wie, ja, die stehen beim Dünkenherrscher so gut und wir nicht. Obwohl sie halt viel weniger sind als wir, keine Ahnung. Es ist halt einfach so, dass die nicht unbedingt viel Unterstützung kriegen. Das ist eine Tatsache. Ähm, ist auch interessant, dass hier das mit zu Fuß und zu Pferde erwähnt wird, weil man hat sie nicht zu Pferde. Zumindest nicht, nicht als reguläre Einheit. Und, wie gesagt, wenn man im normalen Spiel einen Nazgul-Helden hat, dann kann er mal ein Pferd besitzen, halt mit den schwarzen Nominoren, aber normal haben sie keine Pferde. Deswegen auch interessant. Doch auch auf sich allein gestellt, können sie sich längst, können sie sich längere Zeit in einer Schlacht standhalten und den Feind mit ihrer Erscheinung einschüchtern. Die Nazgul stellen aufgrund ihrer Bindung an Saurons Willen stehen, ich kann schwer nicht mehr lesen, stehen aufgrund ihrer Bindung an Saurons Willen loyal und treu zu ihrem dunklen Herrn. Und weichen unter keinem Banner, weichen unter seinem Banner, alter, words are hard today, weichen unter seinem Banner nie zurück, sondern sind bekannt dafür, dass sie ohne Furcht in die Schlacht stürmen. Ja, das liegt vielleicht auch daran, dass Nazgul einfach keine Gefühle mehr haben. Selbst wenn sie wüssten, was Furcht ist, könnten sie sie nicht spüren. Wie gesagt, untot. Funktioniert nicht. Kommen wir zu dem Wesen, auf den es jeder gewartet hat. Wenn nicht schon wieder das Spiel abschmieren würde. Das ist doch einfach nicht wahr. Ja, ich bin ein bisschen frustriert gerade. Das ist jetzt schon wieder das zweite Mal, dass das Spiel abschmiert. Warum denn? Beim letzten Mal hat das wunderbar geklappt. Ach, Mann. Ja, das Problem ist halt, dass man dann immer Zeit verliert, ein bisschen. Ich meine, es ist jetzt nicht so schlimm. Wir haben nicht mehr so viele, aber trotzdem. Es ist halt nervig. Es müsste halt nicht sein. Es ist schon wieder ganz leicht. Ekelhaft. Sorry, Freunde. Ich weiß nicht, warum der PC heute so spinnt. Und wie gesagt, ich hoffe zumindest, dass die Folge wieder einigermaßen ansehbar ist. Weil, ähm, ich bin gerade schon ein bisschen belastet. Ich meine, wir haben nicht mehr viele Einheiten. Wir haben jetzt noch den dunklen Herrscher. Wir haben noch die ganzen Lagnuswaffen und die Spinnen. Das sind jetzt nicht mehr sonderlich viele. Ich habe auch gerade gesehen, 49 Minuten. Wir sind also noch unter einer Stunde. Aber ich glaube, wir werden insgesamt schon über eine Stunde kommen. Ich glaube, insgesamt werden wir es nicht schaffen. Ich hoffe, dass zumindest die Folge gut ist. So, jetzt halt kommen wir zu dem Wesen, auf das ihr bestimmt alle gewartet habt. Sauron. Der dunkle Herrscher himself. Hier ist er in all seiner Pracht. Und ich möchte hier auf ein Detail hinweisen. Er trägt den Ring. Man sieht es, äh, hier sieht man ja den gewaltigen Streitkolben. Er hat halt die klassische dunkle Herrschergestalt. Und, ähm, oder ist es an der anderen Hand? Muss ich kurz gucken. Wenn die Maus mitmachen würde. Nee, ist an der Hand. Ja, man sieht es da ganz leicht. Man sieht es, äh, unten rechts. Da ist so ein leichter, goldener Kreis. Er trägt den einen Ring. Das ist hier leider nicht komplett sichtbar. Seht ihr das überhaupt? Ja, ihr müsstet das sehen. Äh, das ist hier leider nicht komplett sichtbar. Aber er trägt den einen Ring. Ihr könnt mir das ruhig glauben. Wenn nicht, dann müsst ihr jetzt ganz nah an den Bildschirm rangehen. Sofern ihr nicht auf Großbild habt. Ähm, aber ich kann ihn erkennen. Ich kann den einen Ring erkennen. Der ist genau hier. Hier an dem Finger. Ja, auch bei Sauron sind es hier zwei Soldaten im Trupp. Aus demselben Grund. Sollte Sauron sterben, dann sieht man einen Ork sterben. Glaubt mir, ich wollte es nicht glauben. Aber ich habe es gesehen. Weil ich meine Schlacht gesehen habe, wo halt jemand das letzte Bündnis nachgestellt hat. Kann ich auch gerne in die, stelle ich in die Videobeschreibung. Ähm, damit ihr mir das auch glauben könnt. Und ja, da ist Sauron gestorben. Und dann sieht man in der Videosequenz, wie ein Ork stirbt. Das ist genau dasselbe wie bei den Nazgul. Liebe Entwickler, was habt ihr euch da gedacht? Weil das ist irgendwie auch lustig, aber halt auch lächerlich. Es ist einfach lächerlich. Es macht einfach sowas von keinen Sinn. Ja, Sauron ist natürlich das mächtigste Wesen Mittelerdes. Der ist mächtiger als der Balrog. Der ist mächtiger als alles. 3.500 Kosten liegt daran, dass man ihn im normalen Spiel nur rufen kann, wenn man den Ring findet. Weil im normalen Spiel gibt es den Ring natürlich. Also man muss ihn erobern mit Morde und muss ihn dann zurückbringen zum Schicksalsberg. Dann kann man Sauron rufen. Angriffswert von 50 und Ansturm von 25 ist natürlich klar. Der killt halt alles mit One-Hit. Defensive Gesamt 50 mit 25 Rüstung und 25 Verteidigung. Und 12 Trefferpunkte. Es ist der dunkle Herrscher. Man sollte nicht überrascht sein. Natürlich ist der abartig. Das ist völlig klar. Aber ich finde ihn auch sehr imposant. Jetzt haben wir gerade auf Pause, aber im Spiel kommen auch diese Zitate, diese dunkle Stimme, die man auch aus einem Film kennt. Sollte man vielleicht wissen. Ja, Fähigkeiten hat er natürlich eine Menge. Der dunkle Herrscher, er kann ohne Befehl vorstürmen und sich nicht verstecken. Muss er auch nicht. Ich meine, der ist riesig, den sieht man halt überall. Sehr gute Ausdauer, ausgleichter Kampfgeist. Ein Spezialangriff. Da packt er Gegner mit der Faust und schleudert sie dann weg, statt mit dem Schreitkolben. Und er verängstigt natürlich alle Feinde in der Nähe. Es ist klar, es ist der dunkle Herrscher. Das ist absolut keine Überraschung. Und was haben wir hier bei der Beschreibung? Die ist natürlich hier wieder sehr interessant. Ursprünglich hieß Sauron Maia Nairon. Genau, ursprünglich hieß er Nairon als Maia. In den frühesten Tagen lebte er bei Menschen Aule, dem Schmied. Bei dem Was? Lebte er beim Menschen Aule, der Schmied bei den herrschenden Mächten der Welt war. Yes, that. Wie gesagt, what's a heart today? Sorry. Natürlich ist es kein Mensch. Aule ist ein Valar, wie die anderen auch. Es ist halt interessant bei Aule ist, dass es der Valar ist, wo alle Verräter waren. Sauron war bei ihm, Saruman war bei ihm in der Lehre und beide sind Verräter geworden. Das ist ziemlich interessant. Ähm, weiß nicht. Liegt vielleicht in seinem Charakter auch ein bisschen. Allerdings wurde Mairon bald von Melkor, also Morgoth, verführt, der die Macht über ganz Arda wollte. Mairon wurde übermannt und darauf, nein, umbenannt und diente als Sauron Morgoth treu. Und auch nachdem Morgoth geschlagen wurde und außerhalb der Grenzen der Welt eingesperrt wurde, zwangsauern seine Diener, Morgoth als Gott zu verehren. Ja, natürlich. Das ist völlig klar. Er ist einer der treuesten Diener Morgoths gewesen. Deswegen war er dann auch der dunkle Herrscher, solange wie Morgoth verbannt ist. Hat halt am Ende durch den Ringen nicht ganz geklappt, ne? Aber an sich ist das rein logisch. Doch während Morgoth entweder die Kontrolle oder Zerstörung von Arda wollte, war es Saurons Wunsch, den Verstand und Willen von Geschöpfen zu beherrschen. Sauron sah darin einen taktischen Zweck. Einen taktisch herren Zweck als sein Meister Morgoth. Sauron war der Oberleutnant von Morgoth, der nach Morgoths Sturz ein dunkler Herrscher wurde. Und letztendlich dem gleichen verdorbenen... Alter, ich kann heute wirklich nicht mehr lesen. Es tut mir leid. Den gleichen verdorbenen... Ruinösen, glaube ich. Ruinösenweg, wie sein Vorgänger ging. Ja, keine Ahnung. Das ist wieder ein seltsamer Satz. Im Sindarin heißt Sauron Gortauer. Und er ist auch als der Geisterbeschwörer und der Namenlose bekannt. Während Morgoth der dunkle Feind ist. Die Dúnedain genossen... Ach Mann. Die Dúnedain nennen ihn Sauron der Betrüger. Weil er eine entsprechende Rolle beim Untergang vom Núminor gespielt und den Ring der Macht geschmiedet hat. Wobei er auch so ein Betrüger wäre. Anathar. Darum geht es ja gerade. Und Núminor hatte halt für Sauron nicht nur Vorteile. Weil wo die Insel unterging, hat Sauron ja, wie wir wissen, die Kraft verloren, niemals wieder eine schöne Gestalt anzunehmen. Es hatte also für ihn nicht nur Vorteile. Seine beiden häufigsten Titel sind der dunkle Herrscher von Mordor und der Herr der Ringe. Warum wohl? Kommen wir zur Balliste. Die Balliste gehen wir natürlich wieder kurz durch. Wird von den Ork-Plünderern bedient. Hat 91 Soldaten im Trupp zum Preis von 480 Kosten, 55 Truppenangriff, 10 Gebäudeangriff und Gesamtdefensive 6 mit 4 Rüstung und 2 Verteidigung. Von den Fähigkeiten her, hohe Moral, können sich nicht verstecken, haben Langstrecken-Fernkampfwaffen und Brandmunition und Fernkampfmunition ist effektiver. Interessanterweise hier nur Langstrecken-Fernkampfwaffen und nicht weite Langstrecken-Fernkampfwaffen. Ansonsten eine normale Balliste. Das zweite ist das allseits beliebte Katapult. Das kennen wir auch noch sehr gut. 90 Soldaten, Zuge 650 Kosten, Truppenangriff 60, Gebäudeangriff 110, Defensive Gesamt 5 mit 3 Rüstung und 2 Verteidigung. Von den Fähigkeiten weite Langstrecken-Fernkampfwaffen, ein Bereichsangriff, Brandmunition und verwiesste Kuhüberreste, hohe Moral und auch die können sich natürlich nicht verstecken. Und dann kommen wir zu was Besonderem. Das seht ihr hier schon als drittes. Das Trollkatapult. Ja, genauso groß wie das normale Katapult, was mich ein bisschen enttäuscht, weil man da irgendwie was Großes erwartet, aber halt von den Bergtrollen bedient. Das kennen wir auch aus im Film. Hier sind es natürlich nur 11 Soldaten im Trupp, weil es Trolle sind. Kostet 950 und ist natürlich deutlich, deutlich, deutlich stärker. Truppenangriff von 63, Gebäudeangriff von 110 und die Defensive Gesamt 26 mit 6 Rüstung und 20 Verteidigung und 5 Trefferpunkte. Ja, natürlich, weil es hier Trolle sind, die es bedienen. Das, den Tribok, den wir beim letzten Part bei Arno hatten, der war ja auch deutlich stärker als das normale Katapult. Dieses Trollkatapult ist halt nochmal wegen der Bedienmannschaft, wegen den Trollen eine ganze Spur krasser. Viele Fähigkeiten, Bereichsangriff, weite Langstrecken, Fernkampfwaffen, verängstigen feindliche Infanterie, wegen den Trollen, können Kuhüberreste schleudern und Brandpfeile benutzen, also Brandmunition, können ohne Befehl vorstürmen. Ja, die Katapulte natürlich nicht, aber die Trolle und haben einen ausgezeichneten Kampfgeist. Gefertigt aus stabilem Holz ist dieses steinewerfende Holzgeschütz in der Lage, brennende und normale Geschosse zu schleudern, die groß genug sind, um einen Gegner in Schädels zu zerschmettern und um feindliche Einheiten zu vernichten. Als spezielles Geschoss wird verrottendes Fleisch verwendet, das dem Feind eine unerträgliche Umgebung hinterlässt, wenn es einmal in der Nähe einer Einheit landet. Das Trollkatapult ist eine gebräuchliche Artillerie von Mordor und sowohl auf offenem Feld als auch während Belagerung eine Waffe von gewaltiger Durchschlagskraft. Werktrolle schieben diese großen Katapulte auf dem Schlachtfeld und werden speziell für diese Aufgabe vom Mordor ausgebildet. Wissen wir ja auch, wurde damals bei den Werktrollen vorgelesen beim Gunterback-Part. Sie sind darauf trainiert, das Holzgeschütz zu bedienen sowie zu bewachen und es nur zu verlassen, wenn es zerstört wurde. Um dann ihre unermessliche Kraft auf denjenigen zu richten, der ihre Aufgabe zunichte gemacht hat. Ist halt auch toll, man wird belohnt, wenn man die Katapulte zerstört durch wütende Trolle, die einen dann auseinandernehmen. Also fühlt man sich natürlich nicht gerade wie ein Sieger, aber macht ja auch Sinn. Also was die Belagungswaffen angeht, ist das Trollkatapult wirklich das Stärkste, weil selbst die Trieböcke, weil nicht nur Arno hat einen Triebock, aber selbst die Trieböcke kommen halt an das nicht ran. Und zuletzt kommen wir noch zu den großen Spinnen, den Söldnern. Natürlich nur, um Düsterwald zu holen. Und ja, ich finde die von der Größe her relativ passend. Die Riesenspinnen im Hobbit waren mir zum Beispiel optisch zu groß. Die finde ich relativ passend, sehen ziemlich cool aus, wie ich finde. 60 Soldaten im Trupp haben natürlich keine Kosten, weil Söldner, also variierende Kosten. Einen 18er Angriffswert und einen 6er Ansturm und Defensive gesamt 22 mit 15 Rüstung und 7 Verteidigung. Außerdem 2 Trefferpunkte. Also wir sehen schon, auch sehr, sehr, sehr gefährliche Bestien. Sehr starke Bestien, sehr tödliche Bestien. Fähigkeiten, Spezialangriff, in diesem Fall das Gift, wie bei vielen Spinnen. Bonus im Kampf gegen Kavallerie, weil sie dem Pferden Angst machen. Darunter steht es auch, verängstigen Feinde in der Nähe, alle Feinde. Sind natürlich Experten darin, sich in Wäldern zu verstecken. Klar, weil sie aus dem Düsterwald sind. Können ohne Befehl vorstürmen. Haben außerdem eine sehr gute Ausdauer und einen ausgezeichneten Kampfgeist. Die großen Spinnen von Düsterwald sind zwar nicht so mächtig wie Kankra selbst, aber sie sind dennoch riesige und schreckliche Kreaturen. Kankra hat zahlreiche Spinnen geboren und einige ihrer Nachkommen wanderten vom Schattengebirge an der Grenze von Mordor in den Düsterwald. Sie begannen den Wald zu bevölkern und sponnen ein System aus Netzen zwischen den Bäumen, um ihre hilflosen Opfer zu fangen und ausschließend mittels Gift zu töten. Ja, ein kurzer Text, aber ein Text, der wirklich zeigt, wie gefährlich die Viecher sind. Spinnen waren ja noch nie ganz mein Fall, deswegen sind sie auch nicht die großen Spinnen, aber es ist unbestreitbar, dass das sehr, sehr, sehr gefährliche Bestien sind. Wenn man sie mal als Schöldner kriegt, werden sie jede Mordorarmee bereichern. Definitiv. Weil man kann sie durchaus aus Indie bezeichnen. Gut, das war's dann mit der Folge. Wenn die Maus mitspielt, jetzt tut sie mitspielen. Das war's dann mit der Folge. Ich hoffe, abgesehen von den beiden mal abschmieren, dass die Folge heute gut war von den Bildhängern. Ich gehe jetzt nicht aus dem Spiel raus, weil die Stärken und Schwächen haben wir schon gesehen. Okay, wir sehen uns dann morgen wieder, wie gesagt, entweder zu drei Folgen oder zu vieren. Das müsst ihr entscheiden. Schreibt es einfach in die Kommentare. Und heute noch zu Mass Effect. Bis dahin, Freunde. Gehabt euch wohl. Das ist jetzt also noch einmal aufge- Die blaue Fris-Bich geräusche ist mit einer gempte,